Moin liebe Urbex-Freunde, dieses Kur- und Sporthotel in Bad Alexandersbad wurde 1971 gebaut. 1985 wurden vier Etagen anstatt eines Hotels zu einem Altenheim umgebaut. Somit gab es zwei große Altenheime in dem Hotel und zeitweise war dieser Ort, Bad Alexandersbad, der älteste Ort Bayerns. 2014 wurde das Altenheim letztlich geschlossen und stand bis 2017 leer. 2017 wurde es abgerissen und dies sind die letzten Bilder und Videos vor dem Abriss. Viel Spaß mit dem Video, Attacke, auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020